Und wir haben da mit Häusern die kleinen Frau schalten, also komm mit deinen Jungs vor die Tür. Ihr habt sie beklaut, stimmt's? Ach, die machen wir doch kalt. Das ist unsere leichteste Übung. Jetzt sind wir quitt. Hey Swifty, wie sollen wir nach Hause kommen? Das ist eure Sache, ihr Pickelbrüder. Na schön. Was jetzt? Die haben die Tür blockiert. Hast du Schiss vor den Schlappis? Ich hab vor niemandem Schiss. Ich auch nicht. Was gibt's? Ich will dich was fragen und ich frag nur einmal, ist das klar? Wo sind die Sachen, die ihr mir geklaut habt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Stell dich nicht blöder als du bist. Oh nein, nein, ich lass mich nicht von dir verscheißern. Einer von euch hat aus meinem Garderobenschrank den Ring meines Vaters geklaut, Saftsack. Willst du, dass ich dich ausschlitze? Hey, cool, gut, ganz cool. Komm mal, weiter. Ich bin auch nicht fertig. Du meinst, wir haben dir was geklaut. Jetzt, wir haben dir was geklaut. Hey, gut, lass dich verschwinden. Oh, sag doch, die Armee, grüß dich mal schön. Wir sehen uns noch.